Hallo ihr Lieben, wir befinden uns noch im Dezember. Es ist zwei Tage nach Weihnachten. Was haben wir heute? Den 28. Das Weihnachtszeug musste weichen für die Osterdeko, die schon da steht in den Startlöchern. Ich muss sagen, da kommt zu Weihnachten schonmal schöner Osterstomk auf, oder? Was meint ihr? Oder findet ihr es ein bisschen abartig? Mal gucken, ob ich es schaffe heute auch noch gleich hochzuladen. Also warte, ohne Scheiß, damit ihr mir das glaubt, da sind noch die Wichtel. Das Video ist von heute. Guck mal, ich hab den jetzt runter geholt, damit ihr auch wirklich das seht. Die sind jetzt wirklich schon im Zähl, damit da hinten die Osterhasen kommen. Achja, es ist witzig. Schön sieht der aus, oder? Und ja, mit diesen Eindrücken werde ich mich vielleicht schonmal verabschieden, bevor ich wieder keine Verabschiedung habe und extra Filme nochmal drehen muss. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Achso, denkt dran. Abonnieren wäre nicht schlecht. Wenn ihr auch nicht meinen Kanal abonniert habt, unterstützt ihn bitte mit einem kostenlosen Abo. Da werde ich bis sehr drüber folgen. Also macht's gut. Bis dann. Und, achso, ja, weiß ich, jetzt nicht mehr hören seiten. Kommt kurz jetzt bei mir, ja. Hier gibt's noch eine kleine Zugabe. Seht ihr? weiter. Fuß. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020